Der macht einen Finisher bei mir. Was ist das? Der ist ewig. Genieße die ersten drei Runden. Oh, ich muss mich erst mal einplayen. Alter, ich muss mich erst mal einplayen. Das Ding ist, ich denke, ich ziehe schon viel näher ran und dann mache ich so. Nein. So, double Waffen XP zum Kaufen. Ich würde direkt holen, Alter. Gar kein Bock, die Scheiß alles zu leveln. Ich komme halt nicht aus ihrem Spawn raus, Alter, die Muschies. Da kommt die Stau, der ewig. Da ging ich schon lange. Zick der Gid. Boah, ich weiche den Panzer-Dings aus, Alter. Nein, da oben war es rein. Die Map ist klein, aber fein. Wir haben schon Bock, Alter, hier noch. Wir haben schon Bock. Wir sind nicht so welche, die das Spiel angucken und sagen, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Ich habe immer Bock auf neue Szene, aber ob es dann halt so bleibt, ist dann die andere Frage. Die Map ist schon übel klein. Im Anschluss sehen sie jetzt, wie Kim Schüssen ausweicht. Der. Boah. Wir müssen mal eins entdrücken. Hä? Boah. Und jetzt folgt den Jungs auf Twitch. Hinter mir? Der M4 kommt mir schon eigentlich ein bisschen besser klar, wenn man der MP5. Pissig, Alter. Schwach. Mann, jetzt schlägt die Runde, Mann. Alter, Alter. Wie die sweaten, ey. Sweaten schon, richtig? Aber das ist ein Move-Man von dem Spiel. Mir gefällt das voll, irgendwie, Alter. Meine Fresse, Alter. Was ist jetzt los? Boah, ich habe den Feier und Bogen. Vielleicht mal ausprobieren. Der Bogen ist ja größer im Müll. Ah, nee. Ha, tot. Ich kann schon wieder aus. Nein. Richtig schlecht. Ich finde eigentlich gerade, ehrlich gesagt, besser die Karte wie Gary. Aber, wie gesagt, wir müssen uns erstmal den Karten einspielen. Vielleicht ändert sich auch unsere Meinung noch. Ich komme gerade gar nicht klar. Ich denke immer, ich habe die Spritze. Und werfe dann eine Betäubungsgranate. Denn nee. Also, diese C&W macht auf jeden Fall viel mehr Bock, wie MW-Multiplayer. Rack-rack-rack-schemaß. Aber ich kriege gerade immer mehr und mehr Bock. Was machst du da, Alter? Was da los? Ich finde, alle Maps gehen eigentlich voll. Ich war jetzt noch nicht eine Map außer Miami, wo ich sage, übel beschissen. Alter, gut bis jetzt, Alter. Klar, wir müssen uns einspielen. Unsere Waffen, die Stars, Aufsätze. Maps sind eigentlich so fühlt sich... Immer noch... So fühlt sich immer noch gut an, Mann. Kann mir nicht beklagen. Oh, da steht noch einer. Wie das hier aber abgeht, gell? Ja. Übel, halt. Ihr zwei rastet schon komplett aus, Alter. Na ja, normal, Alter. Hast 50er-Bomb schon gedroppt, Alter. Ist schon eine größere Map, glaube ich. Ich habe so das Gefühl, dass die Map nicht gut ist. Ja, und er liegt auf dem Licht, Alter. Aber aufsache... Seht er hiermit? Ah, klar, ist doch eigentlich eine geile Map, oder? Ich muss erst mal Aufsätze freischalten, dann kann ich es beurteilen. Man muss halt die ganzen Spots und so kennen. Wie die meistens laufen und hin und her. Das kann man am Anfang eigentlich noch gar nicht so beurteilen. Der macht einen Finisher bei mir. Die Außenbogen, Mann. Ich glaube, ich habe letzter Abschuss. Ich? Ha, 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 verpisst euch. Der Pro, der Pro, Alter. Der Pro, der Pros. Guck mal, diese 100er-Aim-Brezzi. Die ganzen Gegner haben ja nicht mal auf dich geschossen, Alter. Da kam der Hate, Alter. Die haben nicht mal auf dich geschossen. Ich denke, viele bleiben bei Warzone. Warzone hat da einfach schon einen Hype gehabt. Warzone hat es ja immer noch. Und kostenlos, ja. Ich muss ein bisschen so spielen, Leute. Meine Waffe-Level. Er steht in Marie, das ist der gleiche Reaktion. Check the All-Around. Oh, das bin ich, Alter, der Pro. Mein Gott, dieser Camper da oben, Mann. Äh, die ist gut, ja. Also, M16 ist meine Lieblings-Waffe, aber ich habe halt die Aufsätze noch nicht frei. Also, Burst war ja schon immer so meins. Schon bei Black Ops 3. Ich habe immer nur M8 gespielt. Warte. Ups. Was? Halt. Wir müssen einen nehmen, Jungs. Oh. Habe ich den Stahl gehabt. Ich muss nur mal B. Bals. Der ist schon nach Saints Hä, wie geht denn die? Wie geht denn die Rakete? Eine Nade explodiert Oh, Bro, Bro Was soll ich jetzt sagen? Aber ich bin in Bezielen? Haha Haha Oh 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 Oh